Servus zusammen, ich bin der Sebastian Hannemann, Athlet bei Hochflügen jetzt schon seit vielen, vielen Jahren und wir zeigen euch heute ein bisschen was aus dem Skigebiet, haben uns dafür einen traumhaften Tag ausgesucht. Viel Spaß! Wir sind jetzt hier beim BMW X-Drive Canyon, es ist im Endeffekt eine natürliche Halfpipe, am Anfang haben wir eine kleine Buckelpiste, unten noch ein, zwei Kicker, wenn ihr mal nur verfügen seid, schaut vorbei, es macht wahnsinnig viel Spaß! Hier, wir sind jetzt hier genau wo? Bei dem BMW X-Drive, dem C-Movie. Genau, das ist nichts anderes als ein Wiesenslalom und man hält sozusagen hier am Startbiet hinter uns seinen Skipass an einen Startsensor und dann wird das Video aufgezeichnet und die Zeit wird genommen und danach kann man sich daheim anschauen und ich glaube wir zwei schauen wir ganz schnell an. Musik 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 Aber den Florian habe ich auch nicht gefahren. Musik Musik Ich finde, wir waren jetzt schon ziemlich fleißig, oder? Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja, war echt lustig. Für uns was zu essen. Für uns was zu essen. Passt. Ich bin gerne hier gekommen, darum, dass ich mit Gaudi mit Gästen unterhalten mag. Stress mag ich, wenn es viel los ist. Das ist für mich das beste Erlebnis des ganzen Tages. Musik Kaiser ist immer ausgemacht, ja. Ich weiß nicht, ob das direkt vom Kaiser ist, aber soll das Kaisers mal heißen, dann macht man wie Kaiser. Wir fahren jetzt nur die Ovidraudi. Und für die, die vielleicht Ovidraudi nicht kennen oder nicht verstehen. Das heißt, trau dich runter. Sehr gut. Sehr gutes Hotelspiel. Optimal. Musik Film Film Luca procurement GmbH Film Film So liebe Sportsfreunde, wir hatten einen wunderschönen Tag in Ufügen, jetzt geht es runter zum Parkplatz und dann nach Hause. Servus!